hallo meine leute wir machen jetzt mal ein neues video ich war vor ein paar tagen halt nicht zu hause hatte ein bisschen probleme und ja auf jeden fall ich mache jetzt mal mit austria mod mal fahren wir kurz zu meinem boot und dann machen wir fahren wir bis zum ende des mehr ende der map vom mehr gucken was passiert doch auf jeden fall leute zieht euch das ein euer element bot verschreckt dich jetzt nicht hallo meine leute da bin ich mal wieder ja moment bist du ja und jetzt wir fahren zusammen am ende der map mal schauen was da passiert und ja das ist auf jeden fall schwer scheißwellen leute ihr müsst auf jeden fall mal ausprobieren machen das ist bestimmt gut und wenn ihr das gut findet das video macht daumen hoch abonniert mich dann bekommt ihr von austria mods schreibt in den kommentaren wie das ist wie er das findet bekommt ihr von austria mods auf jeden fall und ja keine ahnung krisen würde impräzisive impräzisive krisen ja guck doch mal wo ich bin ich bin auch falsch gefahren vorher wenn ihr das gut findet schreibt in den kommentaren dann melden wir uns schreiben hier drunter auf jeden fall und ja schreibt es halt in den kommentaren wie ihr euch das gefällt vor die wellen hier ja ist klar auf jeden fall leute wir fahren jetzt mal zu ende der map schauen was passiert ich habe keine ahnung was das ist das internet das internet spacken im moment Boah, jetzt muss ich vor der Heik kommen. Ich kann einfach weiter. Keine Ahnung, wann ich angekommen. Ich hab das einmal gemacht. Ja, Mann. Ja, hoffentlich kommt kein Tsunami. Ich auch nicht. Komm, lass einfach, wenn wir Eier haben, einfach durchfahren, komm. Boah, scheiße, Alter. Nein, Alter, war gerade voll die Welle bei mir. Jetzt kommt voll die Riesenwelle. Ich bin ja gefickt, ich bin ja erst der Umbrit, ich bin ja der erste, der auf dem Schiff ist, Alter. Boah, Jun, das sieht scheiße, das ist. Boah, Alter, man kommt mal an das Ende. Ja, so ein Jetski fährt 120. Hä? Weck dich, ich kann nichts mehr wachen. Lass einfach runtergehen. Ich geh einfach unter. Es gibt kein Leben, weg, nix, Mann. Leute, ich würde euch nicht riskieren, am Ende da zu fahren, weil da geht ja unter. Weiter. Ich bin zu weit unten. Mein Leben kackt jetzt ab. Ja, ich kackt jetzt ab. Alter, wie hoch, wie tief ist das Wasser, Alter? Aber das wäre das Wasser zu heiß. Ich bin gestorben. Ja, wir müssen ein Dings machen. So ein, so ein, so ein, bist du. Hä? Hä? Oh, sorry. Was denn? Ich füße dich, hä? Da mit. Also Leute, drückt mir, gefällt mir, abonniert mich. Ich füße dich, alles. Hier ist der Auto, Schirmatz. Da. Da steht ein brennendes Auto. Ich darf dir nur brennen. Auf jeden Fall, Leute, drückt gefällt mir. Weitere, sehe ich noch. Und schreib in den Kommentaren Haut rein Dann bis bald Ciao ciao